22,80 Euro macht es dann bitte. Bitte sehr. Wie viele Treueherzen bekommen wir jetzt für meinen Einkauf? Treueherzen? Ja. Treueherzen? Ich sag Ihnen mal was. Treueherzen gibt's nicht. Kannst du vergessen. Ausgestorben. Gestern erst, da hat er wieder eine heimgebracht. Denkt, ich merk's nicht. Ich bin aber nicht dumm, wissen Sie. Nur, ich hab einfach keinen Bock drauf. Ich mach da nicht mehr mit. Ich steig da aus. Eine Aussteigerin bin ich. Und wissen Sie was? Ich weiß genau, was der mit derer gemacht hat. Fragen wird niemand Ihnen glauben, wenn nicht glaubt Ihnen Ihre Frau nicht. Und Sie werden Ihnen todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet Sie 100.000 Dollar. Die erste Frage, die sich nicht alle interessiert, wer sind Sie überhaupt? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020